Hör auf, dein Cello zu mieten! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Uriah Stülpnagel, dein Cello-Coach und heute spreche ich darüber, wieso ich sage, hör auf, dein Cello zu mieten. Hinterlass doch mal in den Kommentaren, ob du ein eigenes Cello hast oder ob du dein Instrument mietest. Es würde mich sehr interessieren. Mein Schüler war 16 Jahre, fing mit 6 Jahren an Cello zu spielen und wie es so üblich ist, beginnt man ja mit einem kleinen Cello, mit einem Viertel Cello mit 6 Jahren. Wahrscheinlich ist ein Viertel Cello die richtige Größe und man mietet es, weil dann ist es praktisch, man kann es zu jeder Zeit umtauschen, in ein halbes, in ein Dreiviertel und dann mit 12 oder 13 Jahren in ein großes, endgültiges Vierviertel Cello. Also, ich hier in meinem Ladengeschäft, klassikwellshop.de in Stuttgart, habe auch Mietinstrumente in allen Größen, Mietcelli und Mietgeigen, was auch Sinn macht, weil man dadurch sehr flexibel ist und jederzeit auf ein neues Instrument umsteigen kann. Wenn jetzt allerdings der Schüler groß genug ist und ein endgültiges, ein Vierviertel Cello, ein ganzes Cello braucht, ist es wichtig, es zu kaufen. Man kann vorübergehend es natürlich mieten, aber überlegt mal, was passiert, wenn das Cello weiterhin nur noch gemietet wird. Wie war es mit meinem Schüler? Er war dann 12, 13, hat ein großes Cello bekommen, aber halt auch gemietet. Er spielt dann weiter auf diesem gemieteten Cello und mit 16 Jahren hat er so viel zu tun in der Schule, dass er es nicht mehr schafft, regelmäßig zu üben und in den Cello-Unterricht zu kommen. Was ist also die Konsequenz? Er soll pausieren, er soll aufhören. Und was passiert jetzt? Es ist, was ich immer wieder erlebe und was mir sehr weh tut, weil man muss mal überlegen, dieses Kind, dieser junge Erwachsene, hat dann 10 Jahre seines Lebens mit dem Instrument verbracht, in guten wie in schlechten Zeiten. Mal hat er sich gequält, mal lief es toll, er hat seine Erlebnisse gehabt mit Vorspielen, Schulorchester, Projekten, Freunden, Ensemble-Spiel und jetzt ist halt ein Moment, wo die Schule so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass er es nicht mehr schafft und die Eltern melden ihn ab vom Cello-Unterricht. Aber weil er kein eigenes Cello hat, wird ihm das Cello sozusagen weggenommen. Es wird zurückgegeben, was ja aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, aber er verliert auf einen Schlag alles. Er hat keinen Unterricht mehr und er hat kein Instrument mehr. Diese Realität, diese Konsequenz ist für mich natürlich als Cello-Lehrer und Cello-Coach sehr schmerzhaft. Und ich habe schon einige weinende Kinder gehabt, die dann sozusagen aufgehört haben, aber halt auch alles verloren haben erst mal. Und ich finde, wenn man alt genug ist, sollte man sein eigenes Instrument haben. Mit seinem eigenen Instrument verbindet man sich auch ganz anders. Es gehört dann zu einem, mit dem erlebt man Sachen, schöne Sachen, aber auch, wo man sich überwinden muss, tolle Momente in Konzerten. Und diese Erlebnisse werden mit diesem Instrument verbunden und verknüpft. Und es ist dann was Eigenes, sein eigenes Instrument, mit dem man das alles erlebt hat. Und auch wenn man dann mal eine Pause macht, wenn man mal eine Zeit lang keinen Cello-Unterricht hat, hat man immer noch sein Instrument, mit dem man was machen kann, was man holen kann, wo man einfach mal spielen kann oder später, wenn man dann studiert oder wenn es eine Lebensphase kommt, wo man wieder mehr Zeit hat, man sogar wieder anfängt, Cello-Unterricht zu nehmen. Und darum rate ich dir, erwerbe ein eigenes Instrument für dein Kind, für deine Kinder, aber auch für dich selber vielleicht. Wenn du Cello spielst und nur mietest, ist es sicher am Anfang mal eine Option, um einfach mal zu schauen, gefällt mir der Klang, wie komme ich mit dem Instrument zurecht. Aber dann solltest du dir ein eigenes Instrument erwerben, zulegen. Weil nur so schaffst du eine wirklich starke Verbindung zur Musik über dieses Instrument. Und natürlich wirtschaftlich macht es auch Sinn, ein eigenes Instrument dann zu erwerben, weil es ist ein Sachwert. Und auch wenn man es mal irgendwann mal wieder verkaufen muss, wird man immer wieder etwas dafür bekommen und nicht so wie mit einem Auto, was am Ende viel kostet. Man hat den Wertverlust und am Ende ist es auf Null, sondern es wird immer einen Wert haben. Insofern sage ich meinen Eltern und meinen Schülern auch immer, es ist eine Investition, ein Sachwert, wo jeder von profitiert. ein bleibender Wert. Darum, hör auf, dein Cello zu mieten. Schreib mir doch in die Kommentare, was du darüber denkst. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Cello Coach, Uriel Stücknagel.